Hey Leute und herzlich willkommen auf dem PlayerSubChannel, ich bin euer Sylvie und ja, wir hatten ja einen kleinen Kunstwettbewerb hier auf dem PlayerSubChannel und ich wollte auch das ganze hier etwas auflösen. Das Video kommt etwas später als gedacht, einfach nur weil ich nochmal auf der Dreamag war, deswegen ein kleines Entschuldigung für euch Leute und ja auch nochmal für euch, wie das jetzt hier mit dem Gewinnspiel abgelaufen ist. Und zwar haben wir gesagt, drei Leute von euch können gewinnen, drei Leute von euch können RP gewinnen, einer von euch kriegt die Haupt-RP mit 20 Euro und die anderen beiden werden dann eher etwas zufällig ausgesucht. Und ja Leute, auch nochmal ganz wichtig, wir haben gesagt, ihr solltet selbst etwas machen, viele von euch haben auch Bilder geklaut, beziehungsweise haben Sachen genommen, die sie selbst gar nicht gemacht haben. Von daher musste ich nochmal etwas verschärft auf alles drauf gucken, beziehungsweise auf alles, was eingeschickt worden ist, ich hab euch auch wirklich alles angeguckt, ne. Bin ich auch ehrlich. Und ja, der Sieger, den wir uns zusammen als PlayerSubTeam ausgesucht haben, ist der Lakamaka, was, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt ein richtiger Name ist, der uns sein Bild zeigt und zwar die andere Seite, und zwar die Seite des Opfers bei der Chicken Theory. Zu dem hat er dazu nochmal ein kleines Speedpainting-Video gemacht, ich weiß nicht mal, ob man das hier ein Speedpainting-Video nennt, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Video, wo er das halt selbst gemacht hat. Ihr findet den Link dazu unten in der Beschreibung, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und ja, Lakamaka, viel Spaß mit deinen 20 Euro RP, hoffentlich kannst du dir da mit irgendeinen geilen Skin kaufen. Kommen wir gerade geile Skins raus? Dreadnova Gangplank, Alter, der ist richtig geil. Okay, auf jeden Fall gibt es noch zwei weitere, die gewonnen haben, die etwas sehr zufälliger ausgesucht worden sind. Und zwar der Yannick Bacher, ja, mit seiner Playmobil Goldübergabe an den Hartz-IV-Gangplank, äh, finde ich ziemlich geil eigentlich. Ich meine Piraten und Playmobil, es ist zwar nicht Lego, weil Lego ist geil als Playmobil, aber es ist immer noch ziemlich geil. Und, äh, der Sascha Semkin mit seinem Finde-die-Fehler-Bild an euch zwei gibt es auch nochmal jeweils 10 Euro RP. Wenn ihr eure RP haben wollt, schreibt einfach an die, äh, Players-Hub-Seite eine PN. Sagt einfach, ey, yo, ich bin der und der, ich gewonnen, gibt meine RP-Bitches, ne, irgendwie so einen auf denen. Und dann kriegt ihr auch, äh, euren RP-Code, mit dem ihr eure Skins kaufen könnt. Aber ja, Leute, das hier war es auch kurz vom, äh, von der Auflösung, vom Giveaway. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschüss, tschüss, hau dir rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.